Spießrutenlauf, Todesfallen. Das ist meine logische Verdacht. Aber wir kommen gleich dahinter. Oh man. Okay. Leli, geh vor. Geh vor. Oh je. Und da hinten ist so ein Wächter. Und hier ist eine Vase an drastes Pfeile. Und er bricht Zauber. Geil, das ist ein Magiebanner. Ich würde mal sagen, das ist für einen Magier richtig eklig. Nein. Okay. Ich bin wegen der Urne der heiligen Asche hier. Wer seid ihr? Ist die 2. Trete zur Seite 3. 4. Ich habe Kolkrim getötet. Und euch geht es genauso. Nee. Ich werde nicht kämpfen. Wenn es nicht sein muss. Äh. Nehmen wir die 2. Die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Okay. Äh. Auf mich? Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht. Und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Okay. Wird eure Aufgabe jemals erfüllt sein? Ist die 1. 2. Das Reich ist nicht mehr so mächtig wie früher. 3. Das muss schrecklich langweilig sein. Nehmen wir das Erste. Ich weiß es nicht. Und ich stelle diese Frage auch nicht. Okay. Verkeuten wir keine Zeit. Wie gelange ich zur Urne? 2. Wer sind die Männer, die den übrigen Tempel übernommen haben? 3. Der Drache ist in Wirklichkeit gar nicht Andraste, oder? 4. Was könnt ihr mir über die Urne der heiligen Asche erzählen? Äh. Nehmen wir die 4. Ihr wisst bereits, dass die Urne die Überreste der Prophetin Andraste enthält. Was gäbe es sonst noch zu erzählen? Hm. Nehmen wir mal die 3. Das mit dem Drachen. Na, unsere Andraste weilt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Also doch. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Ja, es leuchtet ein. Okay. Wie konnte sich dieser Gedanke unter den übrigen Jüngern ausbreiten? Es begann mit einem Vorfahren desjenigen, der Colgrim heißt. Er sah sich selbst als neuen Propheten und predigte die Wiedergeburt. Einige widersprachen ihm. Ich konnte ihre Schmerzensschreie hören, die aber rasch erstickt wurden. Das heißt, er wird sie umgebracht haben. Auf die eine oder andere grausame Art und Weise. Ja, damit er keine Gegenstimmen mehr hat. Keine Widerwarte mehr, um seinen Plan zu gefährden. Nehmen wir mal die 3. Soll ich euch von diesen Jüngern befreien? Der Erbauer wird über sie zu Gericht sitzen, wenn die Zeit reif ist. Okay. Äh, Nummer 1. Ich möchte die Urne sehen. Ihr seid gekommen, Andraste zu ehren. Und das sollt ihr auch, wenn ihr euch als würdig erweist. Okay. Muss ich euch bekämpfen? Ist die 1. 2. Was isst, wenn ich nicht würdig bin? Und 3. Ich brauche die Asche, um einen edlen Mann zu heilen. Äh, nehm mal die 1. Ich entscheide nicht, ob ihr würdig seid. Das zeigt der Spießrutenlauf. Falls ihr würdig seid, dürft ihr die Urne sehen. Und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen. Falls nicht. Hm. Was könnte ich jetzt hier nehmen? 1. Also gut, bringen wir es hinter uns. 2. Was isst, der Spießrutenlauf? 3. Das klingt unangenehm. Kann man das nicht umgehen? Und 4. Ich verlange, dass ihr mich zur Urne bringt. Äh, nehmen wir die 2. Der Spießrutenlauf trennt wahre Pilger von falsch. Ihr durchlauft 4 Prüfungen eures Glaubens. Und wir werden sehen, wie eure Seele sich dabei macht. Okay. Äh, ich kann hier sogar 4 wählen. Ich habe Angst. Hm. Nehmen wir das 1. Vorher muss ich euch noch etwas fragen. Ich sehe, dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war. Es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit. Euer eigenes und das von anderen. Ihr erhobt euch über eure Kaste und wurdet ein grauer Wächter. Habt aber eure Familie zurückgelassen, die sich auf euch verlassen hatte. Sagt mir, Pilger. Habt ihr sie im Stich gelassen? Okay. Nein, selbst wenn ich geblieben wäre, ging es ihnen schlecht. 2. Ja, ich hätte mehr tun müssen, um sie dort rauszuholen. Äh, 3. Ich hätte nicht gehen dürfen. Äh. 4. Nein, sie sagten, ich sollte trotzdem gehen. 5. Woher kanntet ihr meine Vergangenheit? 6. Meine Antwort bleibt bei mir, Wächter. Äh. Es ist nicht leicht. Ich nehme die 2. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Gibt es eigentlich eine Religion, die sich nicht auf die Schuld schreibt? Ihr stürzt wie der Vielfraß aufs Mittagessen? Nein? Dachte ich mir. Ihr konntet nicht wissen, was geschehen würde. Ihr tatet, was ihr für das Beste hieltet. Und was ist mit euren Gefährten? Und ihr? Warum behauptet ihr, der Erbauer würde zu euch sprechen? Wo doch alle wissen, dass er gegangen ist. Er sprach nur zu Andraste. Stellt ihr euch mit ihr auf eine Stufe? Das habe ich nie gesagt. Ich... In Orlais wart ihr jemand. Ihr hattet Angst davor, in Lothering eine graue Schwester zu werden und gleichsam zu verschwinden. Als eure Brüder und Schwestern im Kloster eure Behauptungen in Frage stellten, wart ihr verletzt. Und doch schwelgtet ihr darin. Ihr wart etwas Besonderes und habt die Aufmerksamkeit genossen, auch wenn sie negativ war. Ich soll mir das ausgedacht haben? Wegen der Aufmerksamkeit? Das habe ich nicht. Ich weiß, woran ich glaube. Und ihr? Morrigan? Flemeth Tochter? Was? Hinfort, Geist. Ich nehme an eurem Spiel nicht teil. Ich respektiere euren Wunsch. Der Weg ist offen. Viel Glück möget ihr finden, was ihr sucht. Oh Mann. Die Prüfung des Glaubens. Überwinde den Spießrutenlauf. Um die Urne der Heiligen Asche zu erreichen, musst du dich einer Prüfung des Glaubens unterziehen, die der Wächter den Spießrutenlauf nennt. Wenn du überlebst, erweist du dich als würdig. Der Spießrutenlauf steht dir jetzt offen. Oh je. Oh je. Gut. Ich speichere mal ab. Gut. Rein jetzt. Was will ich noch hinter mich bringen? Lele, gehst du vor? Was sind das? Ihr Alisai? Bruna. Ich rede mal mit denen. Echos aus einer Schattenwelt flüstern, was noch nicht geschehen. Des Gedankens seltsame Schwester lebt in der Nacht, wird fortgespült vom Licht der Dämmerung. Wovon spreche ich? Ich soll es nochmal wiederholen, bitte. Echos aus einer Schattenwelt flüstern, was noch nicht geschehen. Des Gedankens seltsame Schwester lebt in der Nacht, wird fortgespült vom Licht der Dämmerung. Wovon spreche ich? Ich habe keine Ahnung, absolut nicht. Licht der Dämmerung. Echos aus einer Schattenwelt flüstern, was noch nicht geschehen. Des Gedankens seltsame Schwester lebt in der Nacht, wird fortgespült vom Licht der Dämmerung. Wovon spreche ich? Vom Mond. Davon spreche ich nicht. Scheiße. Ja, was war es dann? Was war es? Ich weiß es nicht. Gott, das will. Ich bin doch gehn. Ah. Gefort. Gefort. Okay, das war ein Fail. So, mal gucken, was die jetzt will. Der kleinste Vogel kann es mit sich tragen. Der stärkste Mann jedoch nicht unbedingt. Wovon spreche ich? Okay, von der Pest. Von einem Lied. Vom Wind. Von einer Kokosnuss. Äh. Vom Wind. Davon spreche ich nicht. Shit. Ja, was? Was finden die? Das ist immer alles falsch. Oh Gott. Wie kriege ich hier tausendfach Beef? Hier haben wir alles rein. Aber ich hoffe es tut weh. Oh shit. Was ballert denn da noch? Oh, gucken wir es hier. Saint Sharta. Wo ich weder Gast noch Eindringling bin. Wo ich hingehöre und es mir auch gehört. Wovon spreche ich? Wo ich weder... Äh... Verrelten. Heimat. Ein Gesindelviertel. Vom Tod. Äh... Wovon spreche ich? Heimat. Ich träumte davon, meinem Volk eine eigene Heimat zu geben, in der wir unsere eigenen Herren gewesen wären. Meines Feindes Feind ist mein Freund. Und so folgten wir Andraste gegen das Reich. Aber sie wurde verraten. Und wir mit ihr. Okay. Das war jetzt richtig. Und jetzt hier weiter. Oh man. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Blutschuld muss immer voll bezahlt werden. Wovon spreche ich? Blutschuld. Äh... Tja, Matt, Krieg, Rache, Liebe. Äh, Rache. Ja. Mein Gatte Hesarian hätte Andraste einen schnellen Tod bereitet. Ich ließ ihn schwören, sie öffentlich hinrichten zu lassen. Zusammen mit ihren Feldherren. Auf das alle die Macht des Reiches erkannten. Ich bin Gerechtigkeit. Ich bin die Rache. Blut kann nur mit Blut vergolten werden. Gut. Das ist auch erledigt. General Mafferat. Oh weh. Das ist der Ehemann. Ein Gift der Seele. Das grausame Gegenstück der Leidenschaft. Aus Liebe erwachsen. Bis die Liebe toter niederliegt. Wovon spreche ich? Oh Gott. Nochmal. Ein Gift der Seele. Das grausame Gegenstück der Leidenschaft. Aus Liebe erwachsen. Bis die Liebe toter niederliegt. Wovon spreche ich? Okay, was gibt's hier? Religion? Eifersucht, Kinder, Frauen. Eifersucht. Ja, Eifersucht trieb mich zum Verrat. Ich war der größte General der Alamari. Aber verglichen mit ihr war ich ein Nichts. Hunderte fielen vor ihr auf die Knie. Sie liebten sie. Genau wie der Erbauer. Auch ich liebte sie. Aber was ist schon ein Mann? Verglichen mit einem Gott. Alles klar. So, nächster. Jünger Harbert. Die Knochen der Welt strecken sich nach der Umarmung des Himmels. Weiß verschleiert, wie eine Braut den Bräutigam begrüßt. Wovon spreche ich? Ja, wenn ich das wüsste. Äh, Berge, Wolken, Schafe. Nochmal bitte. Die Knochen der Welt strecken sich nach der Umarmung des Himmels. Weiß verschleiert, wie eine Braut den Bräutigam begrüßt. Wovon spreche ich? Wolken. Davon spreche ich nicht. Ah, scheiße, da waren es die Berge. Dann waren es die Berge. Scheiße. Hier kriegst du mal einen rein. Hier, Megabeef, Brutzle und alles rein. Und den auch noch rein. Gut, und weg bist du. So, die letzten beiden. Jüngeren, Käse, Käse, Eier, Käse, Eier und Eichon, Heserien. Nehmen wir mal den Eichon zuerst. Sie schwingt das zerbrochene Schwert, trennt wahre Könige von Tyrannen. Wovon spreche ich? Oh Gott, Schwäche, Königinnen, Zeit, Gnade. Äh... Das zerbrochene Schwert. Gnade. Ja, ich konnte Andrastes Leid nicht mehr mit ansehen und habe ihr Leben aus Gnade beendet. Ich bin der reumütige Sünder, der Mitgefühl beweist, in der Hoffnung, dass es auch ihm entgegengebracht wird. Gut. Das ging jetzt ohne Kampf vorbei. Hier, Jüngerin, Käse. Keiner hat es gesehen, doch jeder kennt es. Leichter als Luft, schärfer als jedes Schwert. Kommt aus dem Nichts und fällt doch die stärksten Armeen. Wovon spreche ich? Okay. Äh... Feuer. Davon spreche ich nicht. Das hier im Rätsel. Das war ich noch nie so besonders. Der ist gut. Der ist so, wenn es so prüptische Aufgabenstellung ist. Hier, hauen wir mal wieder das Ding rein. Freeze. Live Leach. Und... Gut, ist kaputt. Sehr gut. Dagegen ist es wirklich schön schnell kaputt. Oh, okay. Und da vorne? Lass da vorne. Oh Gott, Läschi. Was macht denn der jetzt da? Lass mich in Ruhe. Hey, was geht? Lass mich... Du bist nicht Läschi. Hallo Läschi. Läschi, du bist tot. Noch mehr Geister, die mich verhören? Äh... Läschi, du bist tot. Wohl wahr. Und nicht ganz ohne deine Mithilfe. Sei Rocker. Du hast mich an Xabia verraten. Tut mir leid, dass es so endete. Lass es dir selbst zuzuschreiben. Du bist nicht egal. Äh... Nimm mir die zwei. Mir auch, Sal Rocker. Ich weiß. Es hat dich beschäftigt, dass du uns in der dunkelsten Jauchegrube diesseits der tiefen Wege zurückgelassen hast. Aber schon gut. Ich will nicht trübsinnig werden. Lass los und vergib dir selbst. Ich vergebe dir. Du musst auch Andraste mit fröhlichem Herzen entgegentreten. Sie ist sowas wie ein Paragon für Menschen. Hier. Das hier habe ich gefunden. Und ich brauche es nicht. Du wirst schon was damit anfangen können. Leb wohl. Und denk mal an mich. Okay, was hat er mir jetzt gegeben? Was hat er mir gegeben? Schneide des Glaubens. Boah. Okay, das ist eine 2 in dir. War wirklich so uninteressant. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht... Oh oh. Und nicht hier zwischengespeichert wird. Oh. Toll, das sind unsere Schattenwesen. Das sind alle wir selbst. Und die Morgan ist ganz hinten. Oh scheiße. Das kann jetzt böse ausgehen. Macht die Morgan zuerst kalt. Yeah. Alles rein. Rutzler. Und Feuerknolle. Da brauchst alle drauf. Gut. Oh scheiße. Scheiße. Und wir sind nicht im Radius. Und es muss halt eine große Muldwinde nehmen. Gut. Und die... Ah, die alte lebt immer noch. Die ist jetzt mal hier. Hauß mal hier den perfekten Killshot neu. Rein da. So hier. Hopp. Feuer, Feuer, Feuer. Oh scheiße. Also jetzt ist der hin. Oh la la la. Und ich nehme dich aus dem Spiel. Es geht nicht anders. Nämlich dich aus dem Spiel. Ist mir egal, wie du dann aussiehst. Und jetzt kümmern wir uns erst mal um die anderen Teufel. Die... Greift die Nahe. Oh man, ich habe keinen Schneid. Greift den noch an. Scheiße. Was soll ich denn machen? Hier ein großes Ding nehmen. Nämlich erst mal den aus dem Spiel. So, drauf auf die alte. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Weh. Was hatten die da für Dinge drauf? Das ist doch nicht mehr feierlich. So hier. Drauf da. Ja, mach das doch. Gut. Raus rein. Live-Leach rein. Das rein. Das zweites Mal wird sie es nicht schaffen. Oh, die ist jetzt eben da. Oh, die kriegt jetzt ordentlich Beef. Uiuiuiuiuiui. Pause, Brat. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt gegen unsere eigenen Abbilder gekämpft. Gott, das will. Das ist ja echt haarig hier. Okay, was kommt jetzt? Andraste. Noch ein Hindernis? Das ist ja fast nicht auszuhalten. Okay, Andraste liebt ihr Anhänger. Ich würde sagen, wir müssen zusammenarbeiten, um darüber zu kommen. Wie soll denn das gehen? Äh. Dieser Teil der Brücke sieht zwar so aus, als sei er da, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich ist. Lass uns etwas anderes versuchen. Okay. Lilly, mach auch was. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich es geschafft. Ich stehe hier. Ich glaube, in der Google habe ich eine Komplettlösung gesucht. Okay, und hier ist irgendwie alles unter Feuer. Was muss ich machen? Ich speichere ab. Aber das ist mir nicht ganz gehorcher. Dieser Altar ist nicht mehr viel als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adeliger und Bettler seien neu geboren. Unter dem Blick des Erbauers. Okay, ich lege alles ab. Okay, jetzt gehen wir hier nackig durch. Äh. Na gut. Ähm. Ja. Wo bist? Mach mal das Blut weg. Seh aus. Bluthafte Una-Hose. Also, ich habe doch nicht meine Periode da. Also, machen wir das Blut weg. Dankeschön. Ja, und selber kann es sich nicht putzen. Oh Mann, zwei wunderschöne Mädchen. Wo ich sagen muss, die Morrigan scheint das heisere Höschen anzuhaben. Obwohl, ne, die sind eigentlich, die hat eine schlanke Hüfte, eine ganz leicht schlanke Hüfte. Aber gut, mir macht es nichts aus. Gut, gehen wir durch. Jo. Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid am drastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilger. Nähert euch der heiligen Asche. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Ich, mir fehlen die Worte für. Ich bin ja sowas von in Ehrfurcht erstarrt. Dies sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Eine Prise der Asche nehmen. Du nimmst eine Prise der Asche und verstaust sie in einem Lederbeutel. Einfach schön. Gut, lassen wir sie jetzt in Ruhe. Gut, ich bin jetzt Zeremonienmeister. Äh, wo ist mein Team? Ja, ihr sollt schon mitkommen. Alle kommen mit. Ich habe das tatsächlich geschafft, diese Teufelei hier überhaupt zu überwinden. Das allein schon hat richtig Nervenkraft gekostet. Aber ich bin froh, dass ich sie hinter mich gebracht habe. Ich habe nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Aber ich habe es doch geschafft, da durchzukommen. Da gibt es hier noch irgendwo ein paar Schätze oder irgendwas. Der Wächter scheint auch nicht mehr da zu sein. Oder ist er da? Doch, da müsste er noch stehen, oder? So ist er weg. Ne, der ist weg. Der ist tatsächlich weg. Aber hier ist noch was. Schutt-Leder-Rüstung beschriftet. Gut, nehmen wir mal mit. Kann man zur Not auf dem Schwarzmarkt verticken. Bringt ja auch ein paar Kopeken oder so. So. So, auf zum Ne, ne. Lass mich bitte gehen. Ich habe keine Zeit dafür. So ein Käse. Was hat der mir jetzt da angelegt? Ich gehe mal davon aus, dass das alles noch richtig ist. Aber ziemlich gut sieht es mir trotzdem nicht aus. Oh Mann, wenn der jetzt kommt. Ne. Und mir. Ja. Ich bin hier. Ich sehe es, dass du da bist. Gut. Wo bist du? Nimmst du bitte gleich noch eine? Warten wir mal ein bisschen ab. So, jetzt kannst du die nächste nehmen. So. Und ich. Mein Teil. Ich nehme auch vier kleine. Obwohl, wenn zwei kleine auch reichen, muss auch recht sein. Kannst du es schon nehmen? Ah, gleich. Da müssen wir immer ein bisschen warten. Sorry deswegen. So. Jetzt die letzte. Eieieiei. Immer solche Verletzungen. Die keiner gebrauchen kann. Ich speichere nochmal ab. Ich hoffe wirklich nur, dass er sich in die Ätzung erhebt und mich angreift quasi und sagt, hier, ich will mal ein Grillfest mit euch veranstalten und ihr seid das Grillgoot. Das aussieht, lässt er mich in Ruhe. Okay. Das ging hier nochmal glimpflich aus. So, runter da. So, wo ist der Bruder Genitivi? Da ist er. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Ja. Genitivi den Beutel mit der Asche zeigen. Ist das? Oh, da ist Staub auf. Nein, das ist kein Staub. Oh, Herr Bauer. Ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie, wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Okay, äh. Zermürbend. Es war Prüfungen, ist die 1. Es gab Prüfungen, ist die 1. 2. Nichts hat mich eh so tief berührt. 3. Es ist nur ein Steinbehälter mit einer verbrannten Frau darin. Äh. Nehmen wir mal die 1. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschung sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Okay, ja, die Urne der Heiligen Asche muss mit der Welt geteilt werden. Ist die 1. Nummer 2. Weshalb? Wir sollten das Geheimnis für uns behalten. 3. Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Äh. Hm. Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt echt schwer. Vielleicht ist es besser so. Nehmen wir das Erste. Ich nehme die 1. Und wie üblich werden am Ende die Reichen und Mächtigen ihren Nutzen aus ihr ziehen. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Gut. Okay. Morrigan hat man es nicht ganz so krumm genommen. Keine Punkte abgezogen. Aber es war allemal besser, die Asche nicht zu zerstören. Es war sehr weise. Und ich bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. So. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja. Auf jeden Fall. Raus hier. Ich will hier bloß noch raus. Jetzt gehen wir schnell nach Denerim und machen das klar.